Was?! Wieso denn? Oh, ich hab'n Hund gefunden, der mit dem Kopf in dem Dirtblock steckte. Oh Gott. Und der hat das Schwein einfach angegriffen. Böser Hund. Das Schwein wollte ich töten. Wie müssen wir den umgestalten, Chef? Ich mach das schon. Okay. Weil unsere Kiste zu voll wird. Weil vielleicht kein richtiger Platz ist für weitere große Kisten. Keine Ahnung. Ja, wir brauchen ein Lager. Ich hab' Kürbisse gefunden. Nimm mit! Mach' ich auch. Mindestens zwei. Hab' ich auch. Gut. Zwei Stück hab' ich. Vielleicht find' ich noch ein bisschen mehr hier. So. Und ich hab' ein paar Eier. Ich glaube, das fällt ein bisschen bewirtschaften. Und ein... Sagt mir mal ein Symbol, das Hass ausdrückt. Hass. Ein Symbol, das Hass ausdrückt. Ich hab' was. Vielleicht ein Blitz. Ein Blitz zeugt nicht von Liebe. Außer wenn's funkt. Hä, 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 hä. Oh Mann, war der schlechter. Ja, gut, dass du es eingesehen hast. Deswegen glaube ich, dauerst erzählt. Ich glaube, ich habe es wieder geschafft, mich komplett zu verlaufen. Und hinter mir ist einfach eine scheiß Spinne. Nein! Warum greife ich hier auch an? Alter, Caro! Sorry, sorry, das war keine Absicht. Antje? Ja. Ich glaube, ich mache es anders. Bist du gerade gestorben? Ja, eine Spinne war hinter mir. Aber am Start vor ihr wegzurennen, habe ich sie natürlich gekonnt angegriffen, ne? Hier, Caro, jetzt guck noch mal. Findest du das besser? Das ist alles weg, was ich hatte. Was ist das? Ein trauriger Smiley. Oh. Okay. Oh. Äh. Ähm. Ähm. Äh. 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 Genau. Höhle? Also, Caro. Ich möchte dich nur ganz klein darauf hin... Oh mein, ich habe 34 Osen. Das ist ja wie Weihnachten. So. Jetzt war das da. Ähm. Ich habe immer noch kein bisschen Nahrung. Ja, ich hatte, ich habe ein Schwein getötet, aber dann bin ich ja gestorben. Dann wurde ich getötet? So, das reicht erst mal. Hier ist erst mal das Gampenliege. Der Mann muss sich ja opfern. Ja. Hallo. Rennt doch nicht immer so weit weg. Gebt mir bitte Sticks. Ich darf mich nicht bewegen. Oh. Ich habe Verbot. Ja, warte. Durch das Gift. Ja. Dann komme ich und gebe dir welches. Oder hast du schon? Caro hat mir schon gerade... Okay. Äh. Hier. Ey. Was denn? Wer will das gute Schwert? Ach, das ist ein Eisenschwert, meinst du? Guck, dass wir immer eine Eisenspitzhacke dabei haben. Ich habe welche dabei. Gut. Gibt nichts Wichtigeres als Eisenspitzhacken. Äh. Ich bin mal so frei. Zwei Eisenspitzhacken, das sollte reichen. Ich bin mal so frei, weil ich ja... Ich bin ja Kämpfer sozusagen unserer Gruppe. Gut. Ach. Putt, 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 putt. Jetzt kommt doch mal her, ihr Scheißviecher. Ey, ich habe Weizen. Komm. So, ich habe meine Sachen wiedergefunden. Ja, ich bin nur gerade dabei, meine Sachen einzusammeln, die ich eben gekonnt verloren habe, weil ich mich so heldenmutig gegen eine Spinne aufgelehnt habe. Kann man Hühner nicht mehr mit Dings locken? Mit, ähm, du kannst die mit Samen locken. Mit Samen? Ja. Bei Körner. Ja. Ach, leck mich doch. Mit Körnern. Leckt mich doch. Und Schweine mit Möhren. Und die Kühe mit, mit kompletten Bradiat. Hühner waren Samen. Stimmt, wir haben ja jetzt Kartoffeln und Möhren, wenn wir welche finden würden. Und Möhren hast, äh, da lockst du dein Schweine mit an. Ich weiß auch nicht warum, aber die stehen total drauf. Ja, ich habe, ich habe ein paar Eier. Ja, ja, ich habe drei Eier. Und ich habe drei Schnitzel. Und mich verlaufen. Oh, ich habe vier. Mal wieder. Hier, die wollen trotzdem nicht. Echt? Vielleicht sollte ich meine Samen rausholen. Ja, deine sind jetzt. Nimm mal deine weg. Deine sind wirkungsvoller. Aber normalerweise? Du hast sie verstört. Was sind die? Ich habe kein Händchen für Hühner. Doch, guck, die folgen doch wie bekloppt. Jetzt schlagt da mal ein Loch in den. Ach so. Das ist eine Tür. Die müssen nur sehen. Seid ihr dummen Vögel. Nein, nicht schlagen. Ich will ja nur einmal schlagen. Nur geschlagene Hühner sind glückliche Hühner. In meinen Eiern war nichts drin. Ich bin auch... Ey, unser Schaf haut gleich ab. Ja, Chaos. Los, zeug eine Kuh. Naja. Wenn du das sagst. Das eine Huhn will rein. Oh, komm ins Wunderland. Ja, warum auch nicht? Du dummes Huhn. Ah, ist es drin. Oh, oh, und das andere Huhn will... Wir haben einen Huhn nur mit unserem Haus. Wir hatten eins. Caro, es ist Zeit. Die Kürbisse sind in der Truhe, ne? Die ich gefunden habe. Schaf, geh weg. So. Wir haben Hühner. Ich lasse die sich jetzt auch erstmal fortpflanzen. Ich lasse die auch mit Samen nützen. Na. Kann man die mit Samen fortpflanzen oder mit... Ja, mit Samen. Oh. Oh, da kann viel. Ja, das dachte ich mir auch gerade so. Wow. Offenbar so viel. Ja. Ich bin... Ich muss mal... Aha. Ach, ich vergesse es auch jedes Mal. Wie? Zombies? Schnell! Schlaf! Wie, Zombies? Wo? You can only sleep at night. Komm rein. Legt euch zu mir. Hi, Mike. Hallo. Oh, Mann, oh, Mann. Antje ist ja in ihr Minecraft-Skin eh schon halb ausgezogen. Ja, ich hätte das doch mit der nackten Brust machen sollen. Nicht den Bikini-Oberteil hier in blau. Hast du den selber gemacht? Äh, auf einer Seite so einzelne Teile zusammengestellt. So vorgefertigte Sachen aber, eben so Hautgrundlage und Kleidungsgrundlage und bla bla bla. Mein Abonnent für mich gemacht. Soll mein Avatar sein bei YouTube. Ja. Ja? Sieht auch sehr ähnlich. Ich zieh mich mal aus für euch. Hm. Das wollten wir schon alle gesehen haben. Antje guckt nicht mal hin. Ja, ich war beschäftigt. Nee, eben. Entschuldigung. Du weißt, wie du das wieder gut machen kannst. Mit Rosen. Ja, ich dachte, ich hätte vorne welche gepflückt, aber hab ich doch nicht. Oh, da fällt mir ein, hat jemand im Ofen eigentlich nachgeguckt, da hab ich Schnitzel gebraten. Die hab ich mitgenommen für uns jetzt. Gut, gut. Ich hab nämlich schon wieder vergessen gehabt. Oh, meine Nase läuft. Das kommt nur, weil ich so eine Art lachen musste und deswegen schon heulen musste. Weswegen hast du eigentlich nochmal so gell? Weil du so oft viel Schwachsinn gemacht hast. Ja, zum einen das und zum anderen, als du mich eingebaut hast daheim. Beziehungsweise mich aussperren wolltest. Oder als ich dich geärgert habe mit der Kiste. War ja auch zu Recht, musst du zugeben. Und mit der Kiste hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das in der Kiste hat Spaß gemacht? Das mit der Kiste. Ja, genau. Das mit der Kiste. Ei, ei, ei. Wir werden einfach Wörter im Mund verdreht. Da guckt sich meine Let's Plays nicht an. So. Au. Wow. 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 Ich bin voll in die Arme reingelaufen. Ich habe aber keinen Schaden genommen. Da unten geht es ja auch nochmal lang. Ja, aber nicht nach unten. Ach so, wir wollten ja dann nach oben. Folgt dem alten Rafiki, ihr kennt den Weg. Ja. Entschuldigung. Gedächtnis hier ein Sieg teilweise. Oh, der alte Rafiki weiß den Weg und hat einen roten Arsch. Also manchmal glaube ich ja, ich sollte da so gewisse Leute anrufen, die dich dann abholen. Die haben so ganz tolle, ich habe mich selber lieb, Jacken, weißt du. Die geben sie dir dann. Nee, da war ich schon. Die fanden mich nicht so toll. Die haben dich wieder zurückgebracht. Die dachten sich dann selber unter. Meinten, ich sei zu extrem. Wollen wir hier nicht... Nee, hier ist gar nichts. Caro, was machst du in der Ecke? Ich suche das Niveau. Ich dachte, ich hätte es gesehen, aber es war nur eine optische Täuschung. Wir müssen noch tiefer grauen. Auf jeden Fall. Oh, Mann. Guck mal, hier. Auf jeden Fall. Was? Hier, wo bist du da? Genau, du hast das Niveau einfach in die Ecke gestellt und dort gelassen. Ah, nein. Ich wollte das eben. Ich dachte, hier wäre so ein... Ich höre einen Schleim. Bei mir leckt es gerade so ein bisschen. Hörst du den Schleim? Ich höre einen Schleim. Ich weiß nicht warum, aber bei mir leckt. Vielleicht höre ich die. Oho. Egal, nein. Nee, da gehen wir doch nicht hin. Das war's nicht. Wollt ihr bitte einmal zu mir? Ja, ja, ja. Ja, genau, okay. Nee, jetzt fängt schon... Ich glaube, ich muss mal die Aufnahme stoppen. Warum? Weil bei mir das fängt an ziemlich zu lecken, nicht dass schon wieder Speicherplatz voll ist oder so. Dann mach kurz Pause. Ich sage immer noch süß, tschüss. Süß, tschüss, tschüss. Oh. Ja, du, sie muss doch gucken, Mann, Caro. Ja, ich hab doch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.